Alamu alaikum Leute, was geht? Neuer Vlog bei Marettois.de, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall Bayern gegen Leipzig Vlog. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint, ich habe richtig Bock und mein Tipp auf jeden Fall für heute. 3-1 Sieg für Bayern, weil ich glaube einfach, weil Tuchel wurde ja entlassen, Leute. Das ist ja jetzt klar. Deswegen, glaube ich, wird der Tel Pavlovich spielen lassen und ich glaube dadurch wird es auf jeden Fall heute, wenn die Jungs auf jeden Fall heute deutlich frei aufspielen. Deswegen mein Tipp für heute, 3-1 Sieg und ich bin auf jeden Fall guter Laune, weil endlich auch wieder gutes Wetter ist. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal ihr in die Kommentare rein, was sagt ihr so zur Tuchel-Entlassung und was glaubt ihr, wer der nächste Trainer von Bayern wird? Mein Tipp, ich glaube auf jeden Fall, es wird Sinedine Zidane werden. Auf jeden Fall, Leute, ich habe nochmal meine Seiten hier fresh gemacht. Seiten auf Null auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall gespannt heute, wie das werden wird. Schauen wir mal, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es wird für uns laufen und der Rest, der kommt von alleine, Leute. So, Leute, eineinhalb Stunden vor Beginn, Leute, im Stadion. Auf jeden Fall, in einer Stunde geht es los, wir sind im Stadion und ja, Leute, ich habe richtig Bock. Auf jeden Fall, Leute, wieder bei unserer Kurve hier. Wie letztes Mal seht ihr hier diese ganzen Sticker, Bochum-Sticker, Südkurve-Sticker. Geile Kurve-Mann, geile Kurve-Mann. Die wird jetzt ab sofort jede Woche benutzt beim Bayern Heimschblatt, unsere Minikurve hier mit den Stickern. Auf jeden Fall gleich noch ein paar Sticker dazukommen, Leute, wenn der Kollege kommt. Auf jeden Fall, ja, noch 90 Minuten bis zum Anpfiff. Auf jeden Fall, mein Kollege auch da. Was ist dein Tipp, Leute, Bayern gegen Leipzig? Wir gewinnen knapp, aber verdient 2-1. Okay, 2-1, mein Tipp, 3-1 und auf jeden Fall alle Robin oder Bayern München abonnieren. Ich verlinke es auf jeden Fall rein. Manuel Neuer in der Haus, heute, heute hoffentlich zu null. Die Jungs alle am Start, jetzt am Aufwärmen. Abschlüsse sitzen einigermaßen, aber Hauptsache im Spiel sitzen die Leute. Die Jungs alle am Start, jetzt am Aufwärmen. Der deutsche Fußball hat eine seiner größten Legenden verloren. Andi Brehme wird ewig unser Weltmeister von 1990 bleiben. Und er war viel mehr als dieses 1-0 im BM-Finale von Rom. Er war ein Mensch, der immer für alle da war. Abfahrt. Oh mein Gott, es geht schon wieder nicht gut los, Bayern. Unwütz unter Druck. Stark geklärt Feuer. Leute, jetzt gibt es den Konter. Ich kann es nicht glauben. Erstmal super Tag von der Licht und dann, und dann mich das Tor von Kane vor der Linie noch angehalten. Wir haben so'n Pech, wir haben so'n Pech, unglaublich. Ich weiß nicht, ob es an Kane für mich liegt. Er geht gut ab hier, gute Stimmung. Tofelein auf der Kiste am Sitzen. Bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Das zu der Stimme heads. Jetzt kommt er ja nicht zum Abschluss richtig. Außer der einen Chance. Ne, es ist gar kein Abschluss. Immer, immer der letzte Schuss fehlt. Es war wohl Ball gespielt, sonst wäre das Elfmeter gewesen. Komisch. 3, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Das ist Müller auf dem Flügel. Das Spiel geht hin und her, Leute. Hin und her. Gut gespielt, Leute. Also man sieht, das Spiel geht hin und her, Leute. Ganz gefährliche Situation. Leipzig Spieler nur am lieben, Leute. Ich weiß nicht, was heute los ist. Keine gute Ecke, Leute. Das Spiel geht hin. Leute, kommt er, kommt er. Stark von Leroy, stark von Leroy, Leute. Wahnsinn. Auf jeden Fall, Leute, wichtiges Zeichen. Fans auf die Eins, ganz wichtiges Zeichen, Leute. Oh, da hat er wieder kurz Herzinfarkt bekommen, Leute. Alter, mach Meter, Junge. Dauert viel zu lange, Leute. Oh, da ist doch keiner. Alter, was eine Kombination hier. Stark zurückgeholt wieder. Ja. Uns fehlt der letzte Punch zum Tor, Leute. Oh mein Gott, war das knapp. Wie ich schon sagte, Leute. Ich hatte so ein Gefühl gerade bei der Ecke, dass es klingeln könnte. Oh mein Gott. So ein Glück für uns. So wichtig. So wichtig Harry Kane mit dem 1-0. So wichtig Leute. So wichtig. Harry, mein Mann. Was ein Tor, Leute. Was eine Bude, ey. In der 56. Spielbude. Tom Aaron. Ja. Michi. Was ein Tor. Ja. 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 Stark Jungs. Jetzt kommt doch mal hier. Ganz wichtig. Ganz gut geklärt. Oh mein Gott. Was eine Parade. Was eine Parade von Neuer, Leute. So kennen wir Prime Neuer. So kennen wir Prime Neuer, Leute. Das ist ja so geil. Boah. Jogi, Jogi, Jogi. Das war aber. Hey, Junge. Super. Matis sofort heiß. Sobald er im Spiel drin ist. Das ist ja kein Gewinn. Sobald er im Spiel drin ist. Jetzt wird was Gescheites. Oh. Nein. Oh mein Gott. Was Nake von Simons. Der ist aber gut herausgespielt, Leute. Muss ich zugeben. Jetzt könnte es den Konter geben. Und wer geht mit dem 8er mit? Jawoll. Stark, stark. Wir verteidigen es gut. Die Führung. Wenn sie gerade spielen, wie sie wollen. Und du hattest ein Glück, weil du heute. Scheiße. Ein abgefälschter Ball, Leute. Manchester. Ein bisschen Glück für Leipzig. Auf jeden Fall 1-1. Aber was soll man sagen? Muss man sich an die eigene Nase fassen. Wenn man nicht genug Chance da rausspielt, dann geht es 1-1. Okay. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Schaut euch das an. So bitter, dass der abgefälscht ist. Schaut euch das an. Abschuss. Nein. Die letzte Chance fehlt. Der letzte Punch. Schade. Die Flanke rutscht durch. Gefährlich. Gefährlich. Nein. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Jetzt Marties. Jetzt Matthies. Und jetzt Marties. Oh, Marties macht Meter. Maties macht Meter, Jungs. Joshua. Bringt die Ecke gut. Er bringt sie gut. Bricht sie gut. Oh mein Gott. Oh, genau der Einbruchweine stehen. Komm, nur einer. Nur ein Versuch. Noch ein Versuch. Alle guten Dinge sind zwei. Komm, Joshua. Kein Dribbling. Bitte mach keinen Übersteiger. Oh mein Gott. Joshua packt die Übersteiger aus. Keine gute Idee. Oh, die kommt gut. Die kam nicht schlecht, aber Chubo Moting hat den Ball nicht mehr bekommen. So wichtig. Terry Gay, 2-1, 90. Die zweite Minute. Die 20. Minute. So wichtig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Terry Gay. Die 90. Minute. Terry, Terry. Das ist richtig. Geil, geil. Keine! 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 So geil. 2! 0! Bitte! So wichtig. Mal aufpassen. Bitte. Aufpassen. Aufpassen. Nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Neuer. Neuer ist da. The Wall. Wichtig. Ja. Ja. So wichtiger Sieg, Leute. Drei Punkte nach drei verlorenen Spielen. Harry Kane. Bester Ball. Wenn ihr keine Schalklisch-Schadion-Brucks verpasst habt, lasst ein Like und Abo da. Es geht dann weiter. Entweder gegen Freiburg oder Lazio. Auf jeden Fall. Das war's vom Video. Und du lasst ein Like und Abo da. Euer Amaretto. Ade. Ciao.